Natürlich hat sich Pfeiffer und Langen auch selbst entwickelt, was den eigenen Firmenauftritt angeht und was Kompetenz, Kapazität und Märkte betrifft. Gesteuert von unserer Hauptverwaltung in Köln produzieren wir heute europaweit mit modernsten Methoden rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr aus Zuckerrübe und zusätzliche Mengen aus Zuckerrohr. So decken wir den wachsenden Bedarf. Das hört sich leichter an, als es tatsächlich ist. Die Zuckerproduktion ist ein langer, komplizierter Prozess. Und der beginnt, wo auch sonst, in der Natur. Wir brauchen die Natur, ihre kraftvollen, gesunden Böden. Hier liegen die Wurzeln für unsere Erzeugnisse und für unseren Erfolg. Und wir brauchen die Landwirte. Sie sind unsere wichtigsten Partner. Darum unterstützen wir sie, wo wir nur können. Zum Beispiel mit Litz, dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst Zuckerrübe. Er berät und unterstützt die Erzeuger bei Saatgut und Bodenbeschaffenheit, bei Düngung und Umweltverträglichkeit und Ernte. Damit sie Jahr für Jahr reiche und qualitativ hochwertige Ernteerträge erzielen und Pfeifer und Langen exzellenter Rohstoffe bekommt. Verantwortung und Wissen im Einklang mit der Natur. Unmittelbar nach der Ernte oder der Zwischenlagerung geht's zur Produktionsstätte, die rund um die Uhr in Betrieb ist. Anders wären die Berge von Arbeit auch gar nicht zu bewältigen. Deshalb werden schon bei der Anlieferung Tag- und Nachtschichten getrennt, die Rüben zwischengelagert oder direkt verarbeitet. Logistik von Anfang an. Gleich nach dem nassen Entladen werden die zahllosen Rüben auf die Zuckergewinnung vorbereitet. Sie werden gründlich gewaschen. In der anschließenden Kochstation wird dem Dicksaft immer weiter Wasser entzogen, bis eine genau festgelegte Zuckerkonzentration erreicht ist. Übrigens bei starkem Unterdruck und niedriger Temperatur. Das verhindert die Karamellisierung und damit eine Verfärbung des Zuckers. Dann werden feinste Zuckerkristalle zugeführt, die den Kristallisationsprozess auslösen. Natürlich wird der komplette Ablauf vom Einzug des Dicksaftes in die Apparate bis zum Ablassen des Sudes vollautomatisch gesteuert. Auch hier hat Pfeiffer und Langen entscheidende Entwicklungsarbeiten geleistet. Durch immer weiteren Wassereinzug wachsen die Kristalle bis zu einer exakt bestimmten Größe. Genau dann wird der Prozess gestoppt. In Zentrifugen werden die Zuckerkristalle anschließend von der Melasse getrennt. Die hohe Fliehkraft lässt den honigartigen, dunkelbraunen Zuckersirup abfließen. Die Farbe wechselt jetzt langsam von dunkelbraun zu weiß. Was zurückbleibt, ist Zucker. Pfeiffer und Langen gibt Verbrauchern und Märkten immer wieder neue Impulse. Und das nicht nur im deutschen Markt, sondern in vielen europäischen Ländern. Mit einer wachsenden Zahl an Produktionsstätten. Mit gezielt ausgewählten Verpackungsstandorten. Und marktübergreifender Vertriebsorganisation. Wo immer wir das Leben versüßen, tun wir es genau so, wie die Menschen es lieben. Weil wir Produkte entwickeln, herstellen und kontrollieren, die genau auf den Bedarf und die Wünsche moderner Verbraucher zugeschnitten sind. Weil wir ein hochwertiges, breites Sortiment bieten und einen Service, der genau zugeschnitten ist auf die lebensmittelverarbeitende Industrie. Weil wir mit all unseren Standorten immer ganz nah an unseren Kunden, ihren Bedürfnissen und Wünschen sind.